hi freunde und herzlich willkommen hier bei archie gaming flo wieder am start heute gibt es kein weiteres quad building challenge ihr könnt sehen es geht heute wieder um pack opening zum team of the season ihr seht es wir sind beim toby am start ja er hat ein paar piks vorbereitet wir werden jetzt hier gemixtes pack opening machen mega pack opening hoffen natürlich auf dem team of the season entweder aus der community oder team of the season aus der ifl das sind die beiden team of the season die momentan draußen sind ihr könnt schon mal gerne in die kommentare beladen und zwar hashtag pack dark ein fettes fettes dankeschön an toby raushauen grüß den toby lassen fettes dankeschön auf jeden fall da von meiner seite aus auf jeden fall schon als dankeschön an dich toby dass du die sets hier parat gemacht hast wir sind gerade live bei twitch nehmen das ganze darüber auf falls uns also noch nicht kennt auch bei twitch könnt ihr da und follow da lassen oder natürlich hier bei youtube falls ihr keine weiteren spcs oder pack openings mehr verpassen wollt ja das wird auf jeden fall täglich hier am start sein content videomäß gesehen zu 24 checkt den kanal ab folgt uns gerne und helft uns auf dem weg zu den 40.000 abonnenten da würde ich sagen toby ich gib dir das go du kannst gerne rein starten wir haben einige sets am start 100k sets 50k set megapacks und so weiter und so fort wie viele es genau werden seht ihr im thumbnail seht ihr im titel jetzt haben auf jeden fall 109 sets insgesamt noch am start wie wir hier sehen können es kann aber sein das hat der toby schon gesagt dass auch gold upgrades noch hinten dran sind und so weiter und so fort dass wenn wir separat dann im video angreifen und auch an der anderen upgrade squad beliebt challenges in sofern das würde jetzt so ein gemixtes pack opening von den ganzen anderen packs also premium gold upgrades reine spieler packs und so weiter und so fort ihr wisst ja wie das ganze gemeint ist und falls ihr schon team of the season card gezogen habt ja lasst mich doch mal gerne in die kommentaren wissen welche team of the season card ihr schon gezogen habt würden wir über extrem interessieren und sonst kann ich nur empfehlen lehnt lehnt euch zurück ja ich weiß nicht wie viele packs jetzt hier am start sind von ihm aber ich finde natürlich das eine oder andere auch noch zusammenschneiden ja er wird euch sowieso die nächsten tage einiges an pack openings auf euch zukommen sehen und ja keine ahnung wenn das jetzt weiß ich nicht 70 packs oder so werden hier da wäre ich natürlich das video auch noch zusammenschneiden ist natürlich klar muss noch gucken wie schnell das ganze jetzt hier öffnet die jeweiligen sets und was das für setzt hier am start sind und hier haben wir schon mal den ersten band oder walkouts es wird nur eine wand es wird nur eine wand mit frankreich stürmer es wird alle ja man kennt ihn so 105 packs 4 sets noch nichts gezogen logischerweise hashtag pack da kommen wir hier schon mal von emra am start von 3 wb am start tag von quit gaming hashtag pack lag und so weiter und so fort leckigen hashtag pack lag und der günzelchen gußmann haben wir jetzt hier im pack komm schon hier let's go gold packs haben wir hinten noch dran mal gucken wie gut die anderen sets sind wie gesagt noch mal kurz zur erklärung falls sie die anderen videos noch nicht gesehen hat die woher kommen die ganzen sets fragt euch vielleicht und zweite tobi oder der wendet an das liegen upgrades quad planning challenge system also liegen upgrades und deshalb sammeln sich die sets quasi gefühlt von selbst ihr seht das ganze wie das ganze läuft jetzt könnte sich uns mal hier ein mega pack in der hoffnung dass es ganz auch ein mega pack wird jo wand oder walkout es wird inform inform walkout wenn ich es richtig gesehen habe hey wen haben wir denn da hey es ist oder es ist italic let's go 86 inform tradable oder antragable pack das ist jetzt hier die frage ist ein antragable pack leider aber inform ist inform 86 inform wird definitiv später oder früher in den spcs mehr als brauchbar sein und was mich wundert wir sind hier schon einiges jetzt am öffnen hatte über 200 packs dass wir noch nicht so viele duplikate hatten insofern das haben wir aus der seite schon mal gut gesehen seltenes silber spieler pack tobi das sind klein das kannst du auch gerne aufmachen da wie gesagt ist ja auch die möglichkeit dadurch dass im ifl team auf die season einige silber team auf die season am start sind können wir auch in dem set natürlich was drin haben menschen denitzen haben wir eben gesehen auch das bringt coins die information an tobi falls es verkaufen willst nimm da die coins gerne mit ja und diese silber spieler packs kannst du wie gesagt auch öffnen auf ganz entspannter basis bin ich mal gespannt was da was da so gerne um die ecke kommt hoffentlich was gutes hoffentlich was gutes sie aber nicht danach aus kommen bitte alleine tobi ne jung ist auch für die jetzt gerade im stream sind im chat sind oder wie auch immer ja alleine tobi hat sich doch verdient er müsste sich so verdient haben zumindest einen zu ziehen ja lass es ein team auf die season sein der 10k kostet 20k kostet diska team auf die season mindestens ein doch einfach irgendein random team auf die season zu ziehen das ist aber frustrierend nakajima wird jetzt hier und mehr als spc futter ist das einfach stand jetzt bis jetzt nicht muss man einfach mal so ganz knallhart sagen so 50k set seltene spieler pack jungs ist das eine das ist doch einer oder ist das ein eigen es ist einer jung das ist einer let's go ich konnte es gar nicht erkennen Jakobsen ist es da ist der erste team auf die season so farr aus der ifl mit 88 tempo 89er füße und 84er dribbling und 85er pass was war denn das für eine flamme zwei stück in einem jawohl kirk und Jakobsen beide an schwellen kannst du ja preislich abchecken Jo ich habe es eben gesagt er hat sich zumindest einen verdient und wenn es ein diska spieler ist jetzt sind sie direkt zwei in einem 50k pack wie geil ist das denn ey wie geil ist das denn das freut mich gerade mega ohne witz jungs das freut mich gerade mega ariola ist noch am start und maicon tobi fettes gg auf jeden fall hier im chat fettes gg auf jeden fall in die kommentare bei youtube das ist einfach nur fett nice das ist einfach nur mega mega nice dass da auf jeden fall jetzt direkt zwei am start waren allein dafür schon mal fettes like auf jeden fall da lassen alter nice limbo b nächster nordspieler ja wunderbar für spcs kann wunderbar benutzen ja perfekt perfekt solche packs einfach für liegen upgrade spcs was will man da mehr und jetzt hoffen einfach dass wir aus solchen geilen sets hier dass wir dann auch was ordentliches ziehen können ja wir haben noch mega packs 100k set noch am start also da ist noch einiges möglich jungs da ist noch einiges möglich so also da sind wir schon mal die zwei selten gold spieler packs das heißt so viele liegen gar nicht mehr vor uns 109 sets haben auf jeden fall mit angefangen rechnen wir das gleich am ende nochmal zusammen oh jetzt können sie aber jetzt zum ende hin können sie aber jetzt nochmal wir sind jetzt auch bei den besseren packs gefühlt aber so langsam ne mit den bundle warcodes das wird langsam das wird langsam das ist daraufhin schon mal sehr sehr nice 83er ist 83er spc futter spc futter und ihr seht da hinten verstecken sich auch diese elektrom spieler packs also ein ende ist noch lange nicht in sicht ein ende ist noch lange nicht in sicht jungs wir machen wie gesagt alle packs hier in diesem video auf bis auf diese gold upgrade squad building challenge pack das heißt da wo die zwei selten gold spieler drin sind machen wir alle sets heute hier gemeinsam mit diesem fetten 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 mega pack opening auf und da ist der nächste komm jungs brasilien wird's ich wollte gerade sagen lass immerhin 85er sein und da wird's mir dann da auch der natürlich der spc futter aber das muss ich euch nicht sagen so 49 packs hier noch beim tobi am start wir hatten jetzt einige sets wo ja tote hose war gefühlt die habe ich gar nicht erst gezeigt und jetzt hoffen wir einfach dass hier ein weiterer team of the season am start ist irgendein heftiger walkout jetzt ist aber erstmal miktarjan so seltenes spieler pack ist mal wieder am start 50k pack und wand oder walkout jo 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 ach come on es wird nur der wand brasilien 85er 85er komm schon es wird Alex Telles 84er aber nimmt man natürlich trotzdem mit nehmen wir auch gerne mit machen wir natürlich überhaupt machen wir ja kein ding draus nehmen wir gerne mit so 40 packs noch sind hier bei ihm im shop beim tobi äh wieder keine mann komm schon oh es wird eine ucl karte immerhin dann wird's pablo sarabia 83er ist 83er ucl karte wird definitiv wieder zum halbfinale oh zwei stück sogar die werden auf jeden fall noch weiterhelfen und sonst wieder für liegen benutzen aber die sets ja gehen auf jeden fall einem ende zu aber noch viele kleine sets hier auf jeden Fall am start mal gucken ob die überhaupt alle reingehen ins video definitiv nicht dafür waren zu viele sets bis jetzt hier am video am start back to back ucl karte back to back ucl karte hijai wird's hijai wird's pablo ist es ja moin aber manchmal auch diese gönnen natürlich habe ich auch schon bei twitter gesehen falls ihr übrigens generell irgendwas zieht ja ähm und das kannst du dann uns sharen wollt ja könnt ihr natürlich gerne das ganze über die instagram story machen oder bei twitter ja das heißt zum abschluss machen wir jetzt das 100k set für dieses pack opening ja 100k set ich drücke mal die da auch dovi äh hoffentlich wird's was geiles komm schon 100k set zum schluss dieses riesen mega pack opening ist natürlich wird's ein anderer walkout es wird ein inform walkout oh äh ist es anautovic ist er auch anautovic guck mal was der gute mal kostet ich hab keine ahnung 87er inform gar keine schlechte karte und wenn ihr jetzt CSL-spieler insgesamt habt ist er auch sehr gut linkbar ja also äh insofern das ist auch wieder schon ein guter start die frage ist oh mein gott es ist halt wirklich nur ein ikadi hinten dran boateng spc futter schlechthin und anautovic keine ahnung was er gute mal kostet äh kann ich mal gerade abchecken aber damit soll es auf jeden fall gewesen sein mit dem mega pack opening für dieses video ich hoffe das ganze video hat euch gefallen wenn ja könnt ihr einen zu uns war das video supporten ihr wisst bescheid support ist kein mord um die gold upgrade spc werden wir uns nachher noch kümmern in einem separaten video insofern haut rein bis zum nächsten mal lasst ein abo da und bis zum nächsten video euer flo von archie gaming ciao leute und bis zum nächsten mal Juni und bis zum nächsten mal jaron 一